ARD Text im Auftrag des WDR Nicht am Club gestorben wird W accept Was war das denn, diesen Knife in die Luft? Hey, komm, wir hatten Lucky. Reiner Insel, Olga. Was? Wie war das kein Headshot? Oh mein Gott, Alter, hat die mich erschro... Oh, da zählt noch jemand! Holy shit, Alter. Holy shit, Alter. Alter, hab ich den weggeflickt. Was? Nee, eh nicht. Kann das bitte irgendwer knippen? Der ist ein Monty! Was? So ein Wichser! Der ist ein Monty! Was? So ein Wichser! Mann, von wo wir dich sind gespottet? Holy shit, Alter. Was? Ich war doch voll drauf! Drauf! Warum ist die nicht injured? Was? 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 Ja, leck mich. Von der Seite. Oh, getradet, so eine Scheiße. Reiner Insel, Olga. Was? Hey! Was? Oh, ey! Oh, Mann, du hast wieder das Ace geklaut! Was? Was? Oh, mein Gott, Alter, hat die mich erschro... Was? 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 Also, ich, 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 ich suche, ich, äh, ich hänge jetzt in... Ich hab jetzt, äh, ich gehe jetzt auf die Straße und hänge so Suchblätter auf, wo draufsteht, haben sie meinen Aim gesehen? Wenn ja, rufen sie an. Ey! What the fuck? Warum rennt da hinten einer raus? Was? Was? Hey! Was? Na! Woher denn jetzt schon? Oh, Mann, Alter, Alter! Die können nichts, unsere Team-Mate! Ja, wie der halt schon durch prefiert, please! 1.exe in der Block von uns? Hä? Ich hab auf ihn geschossen! Wer ist ein Monty? Was? So ein Wichser! Wer ist ein Monty? Was? So ein Wichser! Mann! Von wo bin ich denn gespottet? Holy shit, Alter! Was? Ich war doch voll drauf! Drauf! Warum ist die nicht injured? Was? Was? Ah, ja! Leck mich doch! Von der Seite! Oh, getradet! So eine Scheiße! Reiner Insel Olga! Was? Hey! Was? Oh, ey! Ach, Mann, du hast wieder das Ace geklaut! Was? Was? Oh, mein Gott, Alter! Hat die mich erschro- Was? 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 Nee, eh nicht! Kann das bitte irgendwer klippen? Ey! 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 Wie oft muss ich noch sagen, dass mein Aim trocken liegt? Ist doch alles gut! Mir hört auch niemand zu hier! Ey! 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 Was? Was? Eja, leckt mich noch. Die Mercury. Von der Seite. Oh, getradet, so eine Scheiße. Was? 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 Oh, mein Gott, Alter, hat die mich erschroonet? Oh, mein Gott, Alter, hat die mich erschroonet? Was? 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 Nee, eh nicht. Kann das bitte irgendwer klippen? Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigener Druck. So, Leute, das war unser 2000-Abo-Special. Bis hierher war es eine wunderschöne Zeit mit der Hyper-Army, mit euch. Wir bedanken uns hiermit für eure heftige Unterstützung, gerade in der letzten Zeit. Wir freuen uns auf die Zukunft mit euch und werden weiterhin alles für unsere Videos geben. Falls ihr noch nicht Mitglied von der besten Community der Hyper-Army seid, könnt ihr jetzt gerne ein Abo dalassen, um die besten Funny-Videos nicht mehr zu verpassen. In dem Sinne, gehabt euch wohl, reingehauen.